Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Prey. Wir müssen wieder das Steam-Overlay wegmachen und zu unserem Ziel fliegen. Ich hab's ganz vergessen. Wir sehen uns gleich davor wieder. So, da sind wir wieder. Nope. Jetzt geh da rein. Verdammt. Kannst du die schließen jetzt von innen, bitte? Wieso nur von außen? Danke. Ein Problem weniger. Entschuldigung, falls ich gerade geschrien haben sollte. Momentchen mal, ich glaub dagegen waren die auch gut, ne? Okay, das hilft nicht unbedingt so weiter. Danke. Eine Mensch... Achso. Jetzt ist aber mal gut hier. Wie so kleine Nachwuchstalente unter den Aliens hier. Wer es besser hinkriegt zu explodieren. Wir wollen hier noch heile durchkommen, ne? Also gerade kamen wir schneller durch. Aber vielleicht war das auch das Problem. Das wir vorher kein Blatt gemacht haben. Oh, da hinten ist der Weber. Ja, das ist schön. Wir müssen aber hier durch. Oh, muss ich scannen, bitte? Nein. Ey. Wie schaust du aus? Nullwellen. So, dann haben wir das schon mal durch. Okay. Lauf. Nein. Wache auf. Öffnen. Und Tschüss. Ja, wer macht denn hier gerade die Scheißarbeit da? Keine eine Nähe? Dann würde ich jetzt erstmal kurz speichern. Puh, das war echt knapp. Also wir haben jetzt noch einen Nullwellentransmitter. Der hat uns sehr geholfen. Ich habe aber vergessen, wo jetzt das zweite Ziel war. Da oben. Kann das sein, dass wir hier rein müssen? Ich teste jetzt einfach mal. Nehm. Nein, ich möchte die Munition. Munition. Die Munition haben wir schon, okay. So, wo ist jetzt die... Da. Das brauchen wir nicht, aber wir würden dann doch gerne den Transcribe hören. Ich finde keine offene Luftschleuse. Ich glaube, etwas verfolgt mich. Ich höre es immer wieder. Das ergibt keinen Sinn. Das ist nur in meinem Kopf. So, also wir sind 50 Meter entfernt. Und wir haben den Nullwellentransmitter. Und wir haben den Kuhstrahl. Ich weiß nicht, ob wir damit was ausrichten können. Eigentlich müssten wir ja. Wenn ich den Eingang finden würde. Verdammt, ist das hier alles verdreht. Ich glaube, ich habe so dezent die Orientierung verloren. 50% mehr Schaden. Da hast du es. Talos 1. Oh, guck mal. War das... War das die alte Luke oder ist das eine neue? Nein. Sind wir ihn los? Haben wir überlebt. Schnell. Oh. Haben wir noch irgendwas? Ach hier, den... Ah, ne. Nein. Nein. haben überlebt und wenn ich das jetzt mache nichts lieber als das nein raus was ist das nur für ein speicherpunkt weg wir haben es endlich geschafft mir ist gerade egal bitte bringt mich wieder auf 20 oder so damit ich nicht mehr linke danke gut ich muss also in die richtung neuer speicherpunkt ganz wichtig und ich würde sagen das war es erstmal für diese folge wir haben genug gekämpft und sind genug gestorben wir flüchten uns jetzt mal in ruhigere gefilde und sehen uns in der nächsten folge wieder ich hoffe wir sehen uns wieder bis dahin ciao mit voll Untertitelung des ZDF, 2020